Ja, Damen und Herren, Willkommen zu einem kleinen Einladungsevent. Und wir werden den McLaren aus dem Jahre 88, glaube ich, dürfte es sein, auf Suzuka fahren. Hier der kurze Circuit von Suzuka. Ja, im Prinzip einfach nur das Rennen. Drei Runden unter 2 Minuten 15. Gibt uns 1000 Anerkennungen und 150.000 Cash. Ich würde sagen, das versuchen wir. Klassiker ist natürlich immer interessant. Müssen wir einfach nur schauen, dass wir den hier schön über die Strecke kriegen. Im Regelfall sind die Events nicht so schwer. Ah ja, wir haben natürlich jetzt keine Traktionskontrolle in dem Fahrzeug. Das müssen wir definitiv bedenken. Ja, Runde 2. Die war zeitlich jetzt aber auch nur gerade so im Rahmen. Also, langsamer darf ich nicht werden. Ich habe 45 Sekunden pro Runde. Ja, guck mal, die Runde sah doch schon wieder besser aus. Zwei Sekunden knapp schneller. Das heißt, zwei Sekunden, die wir jetzt langsamer sein durften. Und jetzt aber auch ein bisschen auf Sprit achten. Nicht, dass der uns hier ausgeht. Na ja, das wird knapp. Aber eigentlich sollte das jetzt doch keine größeren Probleme geben. Sollten wir schaffen, oder? Ja, guck mal, vier Sekunden noch üblich. Easy, könnte man sagen. Ja, das war jetzt wieder so ein kleines Bonusvideo. Ich habe ja gesagt, die Einladungsevents streue ich zwischendurch einfach mal ein, wenn ich sie habe. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, war es das für dieses Einladungsevent. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr überdäufig nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.